Herzlich Willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir kennen ja schon den Spülungskreislauf einer Tiefbohranlage. Hier sieht man ihn nochmal. Eine Pumpe pumpt die Bohrspülung durch das Bohrgestänge nach unten ins Bohrloch. Da kommt die Spülung raus und sammelt das ganze Bohrklein auf. Und dann geht es im Ringraum zwischen dem Bohrstrang und der Bohrlochwand wieder nach oben. Und über Tage wird dann das Bohrklein wieder von der Spülung abgetrennt. Das ist eigentlich klar. Aber es gibt nicht nur feste Partikel in der Bohrspülung, sondern wir bohren ja nach Öl und Gas. Und deswegen hoffen wir ja gewissermaßen, dass wir irgendwann früher oder später auf Kohlenwasserstoffe treffen. Zum Beispiel auf Gas. Und es gibt auch noch andere Gase unten in der Erde. Eine Luft kann zum Beispiel in die Bohrung reingelangen. Aber auch Methan und Sauergas und Kohlendioxid und so weiter. Und einige dieser Gase sind brennbar oder sogar explosiv. Und deswegen müssen wir alle diese Gase, die aus dem Bohrloch mit nach oben kommen, auch irgendwie von der Spülung wieder trennen, damit die Bohrmannschaft nicht gefährdet wird. Und zu diesem Zweck gibt es verschiedene Geräte auf dem Bohrplatz, mit denen man Gas aus der Spülung entfernen kann. Zunächst mal gucken wir in die großen Blasen. Große Gasblasen, die werden mit einem Gasseparator aus der Spülung entfernt. Ein Gasseparator ist einfach nur ein großer Behälter, ein großer Tank. Und in den wird seitlich die Spülung reingeführt, die gashaltige Spülung. Und die großen Blasen, die gehen oben lang und die schwere Spülung fällt nach unten. Und damit das noch besser getrennt wird, sind in diesem Gasseparator verschiedene Prallbleche, die einfach verhindern, dass die Spülung oben durch den Gasausgang mit nach oben gezogen wird. Es gibt aber nicht nur große Blasen in der Spülung, sondern es gibt auch gelöstes Gas. Gelöstes Gas sieht man erstmal gar nicht. Das ist so ähnlich wie hier in dieser Flasche. Und diese Flasche ist geschlossen und hat einen hohen Druck. Und deswegen, bei hohem Druck kann viel Gas sich im Wasser lösen. Wenn ich jetzt den Deckel vorsichtig öffne, dann verschwindet der Druck und man sieht ganz deutlich, dass gelöstes Gas frei wird. Also eine Druckreduzierung führt dazu, dass sich viel Gas löst. Und es gibt auch noch ganz kleine Gasblasen, die am Wurklein anhaften. Das sehen wir hier in diesem Experiment hinter mir. Wir haben hier ein Glas mit Sand und über dem Sand steht Wasser. Und zunächst einmal vermutet man gar nicht, dass da noch Gas drin ist. Aber wenn wir jetzt ein Vakuum anlegen, also die Luft raussaugen, dann sehen wir, dass plötzlich jede Menge Gas zwischen den Sandkörnern nach oben steigt. Und das ist dieses anhaftende Gas. Die kleinen Gasblasen werden durch das angelegte Vakuum immer größer und können sich schließlich von dem Wurklein lösen. Und diese beiden Effekte, gelöstes Gas und ganz kleines anhaftendes Gas aus der Spülung zu entfernen, das passiert in einem Degaser, den wir hier sehen. Ein Degaser ist ein Behälter und in diesem Behälter befindet sich eine Düsenstrahlpumpe. Das ist das dunkelblaue, was wir hier sehen. Und in dieser Düsenstrahlpumpe wird ein Spülungsstrahl mit sehr hoher Geschwindigkeit durch ein Rohr geschossen. Und dieses Rohr führt dazu, dass eben mehr Spülung aus dem Behälter rausgesaugt wird. Und durch dieses kleine Röhrchen da oben wird auch Gas aus dem Behälter rausgesaugt. Und diese Mischung aus Gas und Spülung gelangt in einen kleinen Separator, in dem die Spülung nach unten fällt und das Gas oben abgesaugt wird. Und weil immer mehr Material aus dem Behälter abgezogen wird, entsteht ein Unterdruck in diesem Behälter. Und der saugt frische, gashaltige Spülung an. Diese Spülung wird über viele Bleche geleitet, damit auf jedem Blech ein dünner Rieselfilm entsteht. Und hier wird durch das Vakuum der Effekt statt, dass eben das gelöste Gas und das anhaftende Gas aus der Spülung rausgezogen wird. Und das gesamte gesammelte Gas wird auf einer Fackel am Bohrturm abgebrannt. Die Flamme brennt nur ab und zu. Aber das ist wichtig, damit die Bohrmannschaft nicht durch diese Gase gefährdet wird. Und wer noch mehr zum Spülungskreislauf wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier in Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf! Herkommung Anhaltender Anhaltender Klick Ban丘 5 Hilfe